Wir haben 10 Minuten Zeit, uns Loot zu suchen. Danach müssen wir ein Auto finden. Und wer dann am längsten im Auto überlebt, bekommt 50.000 V-Bucks. Let's go! Create a good study! So, Leute, es geht los. Und zwar, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit. Der Timer startet jetzt ab jetzt. Wir haben 10... Ja, nicht erst, wenn sie landen. Nein, jetzt geht der Timer schon los, Bro. Jetzt geht der Timer schon los. Safe, safe, safe. Guck mal, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, uns richtig krassen Loot zu holen. Und wer innerhalb von 10 Minuten nicht in einem Auto drin ist, hat verloren. Nämlich, das ist die... Ja, was mit den Kills? Ist egal. Kills ist egal, Bro. Das ist die länger... Boot auch als Auto? Das ist... Nein, nein, nein. Autos, Bro, Autos. Das ist die länger Überleben-Challenge in Autos, Bro. Checkt ihr das? Ich check das. Also, wer überlebt länger in Autos? Wird auf jeden Fall auch gar nicht so einfach, weil... Oh Gott, nein, nein, nein. Da kommt ein ganzes Team, Leute. Bro, wenn ich... Ich sag dir ehrlich, wenn ich schon diese Travis Scott hänge, dann werde ich jetzt hier erstmal reinhauen. Das kommt echt. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Also, wo seid ihr denn gelandet? Oh mein Gott, ich hab eigentlich ne Baba-Idee, Leute. Ich weiß nicht, worum ich... Alter, wir sind überall verschieden gelandet, ne? Guck mal. Nein! Hast du den Boten erlaubt, ja? Oh Gott. Ja, jetzt darfst du fahren, aber nachher halt nicht. Bro, du kannst jetzt mit Auto... Jetzt kannst du... Erste Minute ist vorbei. Du kannst jetzt machen, was du willst. Okay. Jetzt machen, was du willst. Aber später ja auch. Nein, nein, nein. Im Auto nur. Im Auto, nur noch im Auto. Dann musst du quasi... Du dürfst halt das Auto noch wechseln, das ist erlaubt, wegen Sprit und so. Was ist, wenn das Boot Reifen hat? Oh, geh mir jetzt nicht auf den Sack mit deinem Boot, Alter. Hä? Das gab es doch bei Spongebob auch. Junge sind wir hier im Spongebob oder was? Das Spongebob. Das Bootmobil. Ich fand das lustig. Ich sag ehrlich, ich muss mich muten. Leute, ich brauch jetzt erstmal... Heel, Bro. Das Ding ist, ich hätte auf dem Zug landen sollen. Auf dem Zug wäre deutlich krasser gewesen. Und wir haben das erste Mad-Kit sehr gut. Wir nehmen jetzt auch mal zur Sicherheit ein paar Waffen mit, falls irgendwelche Gegner uns angreifen sollten. Aber bisher sieht es hier relativ gut aus. Ich muss unbedingt zum Zug kommen. Weil ich sag euch ehrlich, Zug ist eigentlich Meter. Problem ist nur, der ist gerade da ganz hinten. Also ich müsste in die Richtung fahren. Und nebenbei könnte ich dann noch sogar an den Bahnhöfen die Mad-Kids mitnehmen. Weil da sind nämlich immer Mad-Kit-Automaten. Und da haben wir... Oh, Bro, wir werden so einen krassen Vorteil haben. Ne, mir sind Gegner. Ne, mir ist ein ganzes Team gerade. Ja, okay, sehr gut. Aber wir fahren weiter, Freunde. Und eliminiere Jellybeast. Wurde immer sagt. Oh, Jungs, was geht? Ach so, ja, oh, hab ich vergessen. Was ist los, Jungs? Was ist los? Was ist los, Jungs? Na, Bro, wir haben gerade besprochen, was du dann immer sagst, nachdem du gemutet bist und du dann wiederkommst. Ihr habt einen fatalen Fehler gemacht. Also, ich sag jetzt ehrlich schon, ihr habt wirklich schon einen Fehler gemacht. Ja, guck mal, wie sie lachen, Leute. Guck mal, wie sie lachen. Ist das, Leute, ist das. Da merkt man, man wird sich ernst genommen, aber die werden mich spätestens ernst nehmen, wenn ich mal wieder 50.000 V-Bucks von den Idioten hier abgeluchst habe. Ich denke, wir nehmen nicht noch eins, das ist halt lustig, Bro, weil es immer das Gleiche ist. Ja, aber weil ich immer gewinne auch. Das ist vielleicht das Lustige. Ja, immer gewinnst du jedes Mal. Immer gewinne ich, ohne Probleme. Jedes Mal, Digga. Boah, ich hab auch schon eine Taktik, wie wir es machen, Freunde. Und zwar, ich glaube, ich werde als Auto die G-Klasse nehmen, weil die G-Klasse ist natürlich ein Auto erstmal, was sehr, sehr lange vom Sprit her durchhält. Und deswegen, glaube ich, ist es die beste Wahl. Wieder ein Schuss. Oh Gott, okay, Game Changer hier, Leute. Game Changer hier, hier haben wir wieder den Game Changer. Digga, Alter, das sind drei Team. Digga, ich muss abhauen. Ja, aber wenn ihr down seid, seid ihr down, ne? Ja, Digga, ich muss abhauen, Digga. Das ist ein ganzes Team, Bro. Ich hab mal eine kurze Frage, wie viele Meat Kits habt ihr eigentlich? Genug. Meat Kits? Fleisch Kits, ne? Matt Fleisch, oder was? Sehr gut, Leute. Matt. Sehr, sehr gut. Das Ding ist, hier neben mir sind gerade ein Medaillenträger. Ja, das tut, äh, da hab ich nicht so Bock drauf. Ich hab drei, äh, Medaillenträger. Also ich hab schon neun Medaillenträger. Ja. Glaubst du nicht, oder? Never ever, Digga. Bro, ich hab sowas von neun Medaillenträger. Das glaubst du gar nicht. Was für neun Medaillenträger? Oh, da oben ist ein Gegner, Leute. Oh, da sind übelst viele Gegner. Äh, ich sag euch nochmal kurz, sechs Minuten habt ihr Zeit, euch ein Auto zu besorgen. Okay. Ihr dürft natürlich auch die Autos wechseln, ganz wichtig, aber ihr dürft die Autos nur zum Wechseln auf, äh, also ihr dürft danach nix mehr looten. Also außer ihr fahrt mit Auto rüber oder so, ne? Das ist ganz wichtig nochmal gesagt. Okay. Also ansonsten. Bro, bei mir sind grad die Gegner, Digga. Ja, Bro, irgendwelche Bots, die du da fightest. Nein, nein, das sind keine Bots. Ja, aber dann geh nicht down, der heul, da ich wieder rum, äh, wie soll ich da hatten, weil ich down bin, ich bin down, äh, ich bin down, äh, ich bin down, äh, ich bin down, äh. Hört ihr doch einfach nicht zu. Hört ihr doch einfach nicht zu. Hört ihr doch einfach nicht zu. Hört ihr mich interessiert, ist es die Wahrheit? Nein, es ist nicht. Natürlich ist es die Wahrheit. Nein, es ist nicht. Das Ding ist, ihr habt einen fatalen Fehler gemacht. Was denn? Ah, guck mal, wie haben wir nachsappelt, Leute. Guck mal, wie haben wir nachsappelt. So, und zwar habe ich etwas, was ihr nicht habt. Wie viele Mad-Kids habt ihr? Wie viele Mad-Kids habt ihr? Ich hab, äh, ich hab sechs Stück. Ich hab neun. Ich hab sechs Mad-Kids. Ich hab sechs Mad-Kids. Ich hab sechs Mad-Kids. Bro, was willst du hier in BK? Hau doch mal ab, Alter. Ich hab sechs Mad-Kids. Hau doch mal ab, Alter. Jo. Äh, warum schreißt du denn so? Junge, das ist mein Zug. Spani dreht durch. Das ist mein Zug, Bro. Er wurde vom Papagei gebissen. Oh, ich muss weg, Leute, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Aber was ist denn jetzt eure Taktik? Habt ihr irgendeine spezielle Taktik? Oder spielt ihr einfach? Äh, nee, ich muss erst noch nur ein Auto finden. Ich hab jetzt noch sechs Minuten Zeit, ein Auto zu finden, Bro. Ich hau jetzt auch einmal ab, die Leute. Oh, ich hab mit meinem Lambo hier ein bisschen rum. Das Ding ist, ich muss mich halt jetzt, ich hab jetzt noch vier Minuten, ein Auto zu finden und ich hoffe, dass ich jetzt eins finde, weil ansonsten hab ich nämlich kleine Probleme. Oh, da vorne ist auch ein Auto, Freunde, sehr gut. Oh, no. Oh, es ist ein zweites Auto. Okay, das war's. Also ich hab neun Mad-Kids und ich denke mal, das reicht. Neun Stück? Neun Mad-Kids. Wow. Ich glaub, es geht später, warte mal, ich darf ja auch aus dem Auto schießen, ne? Ja, ja, aus dem Auto darf ich auch schießen. Ja, klar. Oh, das Ding ist, Freunde, ich brauch unbedingt ein anderes Auto. Aber wir haben jetzt noch drei Minuten zum Looten, äh, vier Minuten zum Looten, deswegen loote ich hier erstmal noch. Boah, das sind voll die Schüsse hier, Leute, aber... Ich sag mal so, man könnte ja theoretisch sogar gewinnen. Ja, ja, ist gut gemacht. Also das wär, das wär sehr, sehr heftig. Oh, Materialien, Leute, ich brauch mehr Materialien. Oh mein Gott. Ich hab sieben Mad-Kids. Nur sieben Mad-Kids, okay, das ist echt... Ja, ich hab nur sieben Stück. Ich brauch auf jeden Fall Mads, Freunde. Obwohl Mads, doch, man kann im Auto bauen. Man kann im Auto bauen. Man kann im Auto bauen. Bro, um zu healen, Digga. Um zu healen, alles Auto einzubauen. Ich sag euch, worum es geht, nicht getroffen zu werden. Nein, 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 nein. Fick dich, doch. Bro, es kommt auf andere Sachen an. Guck mal, letzte Warnung, drei Minuten nicht im Auto, es hat schon verloren. Guck mal, Seville, entweder du gehst mir drei Mad-Kids, oder ich werde dich dazu bringen, dass du die nicht mal nehmen kannst. Wie? Wie jetzt? Ja, Leute, die sammeln mir schon wieder alles nach. Die sammeln mir schon wieder alles nach. Ja, Bro, aber... Das ist das Ding, die sammeln mir schon wieder alles nach, machen sich lustig drüber. Ey, das ist doch... Du machst dich über uns lustig immer. Warum redest du eigentlich die ganze Zeit nach? Alles gut. Jungs, ich sag mal so, wir werden nachher am Ende sehen, wer gewinnt. Ich habe 48 Fische, Jungs. Und ich kann euch eins sagen, ihr werdet es nicht sein. Okay. Das kann ich euch sagen, mehr sah ich auch nicht. Ich rede jetzt auch nicht mehr so viel mit euch. Ich fand es sehr poetisch. Aber warum redest du jetzt nicht mehr mit uns? Ja? Weil ich gewinnen werde, Bro. Ich lasse Zahlen sprechen, checkst du das? Ja, ist ja auch gut. Ich lasse Zahlen sprechen. Ja, Zahlen, Siegel. Oh, Leute, das wäre wichtig eigentlich für... Oh, das wäre wichtig. Wo ist denn eine Tankstelle, Digga? Aber eigentlich im Auto brauchen wir das eigentlich auch nicht. Ja, das ist das Ding, wenn ihr keinen Sprit habt und stehen bleibt, könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Ich habe hier drei Autos bei mir. Chillt mal bitte. Äh, du kleiner, ekliger Auto! Hä? Was habt ihr gemacht? Was passiert? Ja, schieß da rauf, schieß da rauf, Bro. Schieß da rauf. Junge, der wollte mir hier mal ein Auto kaputt machen, der Eklige. Was? Du kleiner, eklige. Savvy, ich dachte, wenn du wärst ein ordentlicher... Junge, da merkst du immer, was Savvy für einer ist, Junge. Bro, möchtest du dein Auto kaputt machen, der fairen Challenge? Ja, das ist vielleicht auch nicht. Mach den fairen Challenge, Bro, das sind Stani-Tricks. Bro, Auto kaputt schießen, mach nur Ehrenlose. Also Stani hat aber nie mit dem Auto kaputt geschossen. Das finde ich jetzt nicht wirklich eklig. Stimmt, noch nie hast du es gemacht. Nee. Junge, was erfolgt du mich überhaupt? Kannst du mal woanders hinfahren? Ich will dir... Ey, lass mich doch... Hä? Digga. Ehrenlose. Habt ihr schon getankt, seid mal ehrlich. Nein, ich hab auch nicht getankt. Das Ding ist, Leute, ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, aus dem Auto euch zu bewegen und Sachen zu machen. Wir sind schon alle im Auto. Altlich sind voll die Dinger. Wir haben jetzt auch 55 Sekunden. Okay, weil Stani ist eine Tanke. An der anderen Seite hätte ich gesagt, wichtig. Bro, was ist das für eine Tanke? Ja, bestimmt. Hier ist eine Tanke. Bro, was ist das für eine Waffe? Hier ist eine Tanke, Bro, Leute, ihr kennt's. Wer kennt's nicht? Hier da hinten sind Gegner, aber wir fähren jetzt hiermit. Erstmal wegfahren. Ey, hallo, ihr müsst jetzt 30 Sekunden, ihr müsst hier im Auto sein. 30 Sekunden. Kann ich aber, wenn ich Loot aufsammel, kurz aussteigen? Yo, was hast du für ein Auto? Zeig mal. Lambo. Ich würde persönlich nichts sagen, sag ich ehrlich. Es gibt Lambo's im Spiel? Ja, hey. Bist du doof, oder was? Ja, denke ich. Also, ich sage ehrlich, ich persönlich würde sagen, man dürfte gar nicht mehr aussteigen, weil wir hatten ja 10 Minuten Zeit gehabt. Ja, okay, Stani hat vollgetankt oder so. Ansonsten würde er das nicht sagen. Nein, dann machen wir es nur. Wir dürfen wenigstens tanken jemals einmal. Ja, tanken ist erlaubt. Tanken ist erlaubt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Oh, Bro, ich muss aber eine Tanke finden, Digga. Tanken ist safe erlaubt. Wie wechselt man denn Platz? Hä, bei mir wird der Platz nicht wechseln. Sehr gut. Jetzt ab 10 Minuten vorbei. Wer jetzt aus dem Auto aussteckt, ist raus. Wer jetzt aus dem Auto aussteckt, ist raus. Aber tanken darf ich ja kurz. Tanken darfst du. Ja, genau. Okay, tanken darf ich kurz schnell, Leute. Das machen wir auch schnell. Ah, da hinten ist wirklich eine Tankstelle, Freunde. Da werde ich auch nochmal voll tanken, glaube ich. Da werde ich mal kurz hier. Guck mal, wie die jetzt alle zur Tankstelle fahren. Hä, mein NPC wollte für mich tanken. Wirklich? Ich bin doch in die Lambo gefahren, ja? Ey, Junge, raus aus meinem Auto, Mökhan. Nein, hast du dein Auto geklaut? Ich habe eine G-Klasse. Hast du dein Auto geklaut? Oh nein, meine Maus ist mir aus der Hand gefahren. Ey, dank, dass du volltanks. Ey. Mökhan, raus aus meinem Auto. Ey, Savil ist doch im Auto. Was mache ich jetzt? Bro, fahr weg, fahr bitte weg, MBK. Hier ist zum Glück noch mein Auto. Warte, aber das ist nicht schlau. Ich weiß, Savil, du darfst es haben. Du darfst es haben, du darfst es haben. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Nö. Bro, es hat einfach... Stark, MBK, dass du jetzt auch assig geworden bist. Bro, es hat weniger Leben als eine G-Klasse. Das ist doch voll doof, wenn man den Lambo nimmt. Oder? Bro, das kommt ja drauf an, dass die vielleicht nicht auf die Autos schießen. Bro, bei mir wechselt er den Platz nicht, Freunde. Ich muss jetzt schnell mal gucken. Ja, dann hast du die Tast nicht belegt. Ja, ja, ich guck grad, das... Bro, hör mal auf, du ekliger Hund, Junge. Alter, ihr seid ja so ne Ekligen, was soll das? Siehst du, dass du Land gewinnst, Junge? Äh, wie redest du? Voll doli, Alter. Willst du tranken oder ich mach dein Reifen kaputt? Entscheide dich. Junge, schieß doch auf mein Reifen. Was machst du jetzt? Ja, schieß doch auf mein Reifen. Alter, was geht bei euch, Digga? Das ist schon krass, was geht bei euch? Schieß doch auf mein Reifen, los. Nö, das ist gut. Bro, ich tange nicht. Ich hab eigentlich schon was vollgetankt. Ich weiß, warum man den Platz nicht wechselt, weil ich einen NPC dabei hab, wenn ich im Auto hohe. Oh mein Gott, nein. Ja. Ey, Bro, man den NPC verspät mit dem Platz. Junge, raus hier. Nein. Ey, Junge, Merkarl, hör doch auf. Ey, Möker ist der größte Troll. So, vollgetankt. Hey, ich mach doch gar nichts. Vollgetankt, Leute. Dein NPC ist weggeflogen. Echt, ist der weg? Nein, der ist doch mal da. Ey, Digga, die müssen sich töten. Nimm dir mal schön eure G-Klasse da. Leute, ich fahr auch wirklich 20 kmh hier. Warte mal, ist das dumm, wenn ich so viel rumfahre, ne? Nee, nee, ist schlau, Bro, ist schlau. Ist gut, weil das ist gut, damit du dein Auto einfährst. Vor mir Gegner, vor mir Gegner, Leute. Nein. Vor mir Gegner. Oh mein Gott. Du musst das Auto auch einfahren. Junge, wir müssen gleich gut in die Zone reinkommen, Freunde. Und müssen uns da gut im Auto verstecken. Ich hoffe, das klappt. Nö, Merkarl, jetzt hau ab, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, das ist Stani. Digga, Stani, bist du... Ja, das habt ihr auch gemacht bei mir. Das habt ihr auch gemacht. Hab ich nicht. Hör auf mit der Kacke, Digga. Junge, ist das hier diese... Ey, 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 Bro. Ey, nee, das geht zu weit, Bro. Das ist kein Spaß mehr. Das habt ihr davon, Bro. Das habt ihr davon. Bro. Das ist... Das habt ihr davon. Also das ist zu weit. Ehrenlos. Niemand legt sich gegen Stani an. Bro, was soll das? Hau doch mal ab, MBK. Ja, Bro, das bringt nix, ey. Junge, MBK ist so ein Traum, Bro. Bro, was machst du denn? Ich hab nur ein bisschen Auto angeschossen. Ja, ihr habt selber übertrieben, Junge. Ihr habt selber übertrieben. Du übertreibst immer, Bro. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, Bro, macht euer Ding. Ich guck hier, was hier abgeht. Egal, ich find ne nächste Tankstelle, Digga. Bro, ne möge ich es nicht. Nein, nein. Du hast wieder übertrieben. Hahaha, ich übertrieben? Nee, überhaupt nicht. Es ist keine Tankstelle mehr in der Zone. Bist du dir sicher? Oh, oh. Du siehst, dass du eine M drückst. Ah, da sieht man Tankstelle auf der Karte. Okay, doch. Ich glaub, da hinten ist noch ne Tankstelle sogar. Nein, man sieht, aber man sieht Gebäude. Das ist da hinten, das ist ne Bahnstation, oder wie das heißt auf Deutsch. Sicher? Das da, wo Seven gerade hinfährt, ist ne Bahnstation. Oh, da vor mir sind Gegner, Leute. Vor mir sind Gegner. Oh Gott, ganzes Team vor mir. Oh mein Gott, vor mir Gegner. Ganzes Team vor mir, Freunde. Oh, ich muss abhauen. Junge, ganzes Team vor mir. Drei Leute. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zum Auto. Ganzes Team bei mir. Ja, Seven ist nicht raus. Zeppel ist raus. Zeppel ist raus. Oh, ganzes Team bei mir. Oh mein Gott. Mann, hör doch mal auf mein Auto. Junge. Statt, die war nicht drin. Doch, ich hab hinten gesessen, du Vollidiot, Mann. Hey, Junge. Ich kann nicht Platz, wirst du nicht mein realen NPC, Digger. Statt, die hat auch noch damage bekommen. Was guckst du so? Hm, wirst sehen, was du davon hast, Bro. Oh mein Gott. Seville ist down. Seville down. Bidu, bidu. Digger. Seville ist down. Ey, Seville, gibst du irgendein Challenge, wo du nicht als erstes down gehst? Vorhin bist du down gegangen. Ja, wirklich. Ey, ich sag dir ehrlich, Seville ist 1000 mal besser wie du, Loop, Alter. Hä, was labert ihr beide? Seville ist 1000 mal besser wie du. Danke. Alter, Mirkart schillt noch immer an der Tanke. Du bist ja so langweilig, Digger. Hey, Bro. Warum bist du so langweilig? Hey, ich hab grad steiniges Auto fast kaputt gemacht. Hey, was ist das? Ja, 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 ja. Okay, absolut. Okay, ja, ist ja gar kein Schritt. Oh mein Gott! Aber ich bin in einer Sekunde wieder rein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, da wird so angeschoben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem, Bro. Kann man irgendwie das Auto zufällig reparieren? Ey, kann jemand meinen NPC töten? Ich kann nicht schießen wegen dem. Ich kann wegen meinem NPC nicht schießen. Das Ding ist, Leute, wir haben jetzt zwar ein vollgetanktes Auto, aber es ist schon gut kaputt, weil da oben dicke Fights sind. Ey, also guck mal, da vorne ist auch ein Rocket League Auto. Wo? Hinter dir. Ey, Leute, warte mal. Scheine, wo... Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hä, war da noch ein Auto? Was macht mein Lambo? Aber Leute, ich wohne G-Klasse, ich wohne G-Klasse. G-Klasse ist besser. Oh Gott, guck mal, wo die Zone ist. Ja, Leute, ich muss jetzt... Oh, die Zone ist genau bei mir. Wer wollte auf mich schießen schon wieder so? Ab in die Zone, Leute. Ich nicht. Lambo ist ein Geländewagen, Digga. Du denkst, du warst G-Klasse am Start. Das Ding ist, ich habe keine Mun mehr, Bro. Ich habe keine Mun mehr. Jetzt muss ich mein Auto kurz umdingern. Oh. Hör mal auf! Du ekliger! Stell dir auf. Junge, das hast du das letzte Mal mitgemacht, Alter. Ohne Spaß. Du hast du mitgemacht, das ist ohne Spaß. So ein ekliger, Alter, Bro. Ohne Spaß. Ja, und was ist denn jetzt, wenn mein Auto kaputt ist? Das spiel ich trotzdem weiter. Wie? Wie? Ja, das macht doch keinen Sinn, wenn du das kaputt schießt. Dann kannst du auf das Auto draufcampen. Dann geh doch nicht auf die Beifahrerseite. Okay, Jungs, ich muss weg hier. Ich muss Auto wechseln. Ich habe Auto gewechselt. Oh mein Gott, ich sehe. Ich muss weg. Ich habe Auto gewechselt, ich muss weg. Oh mein Gott. Bro, die sind alle hinter uns. Mein Reifen ist kaputt, nein, Bro. Alter, hast du die Lampe da genommen, der da stand? Nee, ich habe das Octane-Auto genommen hier. Ey, mein Auto wurde raus. Ey, da, Stani. Stani, komm her. Karma, Bro. Ihr kriegt so Karma, Bro. Ihr kriegt gerade so Karma, Bro. Ihr checkt es gar nicht. Wir verstecken uns. Junge, was wollt ihr hier bei... Mann, ey, MBK ist nur am träumen, Bro. Ey, nein. Was lagst du? Da kein Bock mehr, Alter, ohne Spaß. Leute, ich bin hier. Mann, hör doch mal auf, MBK, Junge. Moment, ich mach's doch gar nix. Bro, du gehst die ganze Zeit zu mir. Ich versteck mich jetzt hier. Nein, ich versteck mich doch jetzt hier. Ich versteck mich jetzt hier. Jungs, mein NPC setzt dich überall rein. Das ist ein unbewünschter Gast. Ich will den nicht. Ich kann nicht schießen. Das passiert sich doch auch. Bro, wer jetzt auch Auto schießt, ist raus, Bro. Das zählt nicht, sage ich ehrlich. Wer jetzt auch Auto schießt, ist raus. Was sagst du dazu, Savile 2 gegen 1, oder? Ich finde, wenn du den Fahrersitz verlässt, hast du selber Schuld, wenn du Damage bekommst. Bro, gib mal deine Zone jetzt rein. Wie soll das funktionieren? Ähm. Bro, die chillen da. Ja, das sind die letzten. Bro, warum verliert mein Auto so viel? Oh mein Gott, Bro, ich kann nicht fahren. Ey, es könnte ein Win werden, ne? Es sind neun Leute auf vier Teams. Wir können lieber fahren. Immer wenn ich fahr, wird mein Auto leben. Ja, weil du einen Platten hast. Nein. Oder einen Platten. Ja, dann bist du denk ich mal gleich raus. Dann bist du denk ich mal gleich raus. Oh nein. Ich kann nicht bei dem Platz wechseln, um mich zu healen, ne? Ich darf auch nicht mehr gegen Bäume fahren und so. Ich bin auch so lowlife. Leute, ich muss jetzt hier wirklich, äh... Wie sieht's bei euch mit Sprit aus? Hälfte. Vor mir war grad jemand gekillt. Oh mein Gott. Nein. Leute, ich muss. Ich muss. Langsam. Leute, ich muss. Oh mein Gott, die haben alle Medaillen, Bro. Okay, ich bin dazu, die Leute hier jetzt stehenbleiben. Hier jetzt stehenbleiben. Ich glaub, hier sieht mich niemand. Ich darf nicht fahren. Nein. Ja, MBK ist raus. Mein Auto ist kaputt. Ich bin raus. MBK ist raus. Hey, oh mein Gott. Nein, die sind da oben. Stani ist nicht in der Zone. Gleich mit der Zone kommt, Freunde. Ich bin aber in der Zone. Aber ich, ey, ich muss jetzt einfach Glück haben, dass sie mich nicht sehen, ne? Kann ich hier runterfahren? Nee, ich kann nicht runterfahren, Leute. Das Ding ist, die denken, Savile, da sitzt niemand drin in dem Auto. Das ist schlecht. Savile, ich bin neben dir da. Nein, die schießen auf mich. Oh mein Gott. Ja. Kann nicht sein. Mega. Wieder gewonnen. Jo, ich sag nicht, warum die auf mich schießen, Digga. Der Stani ist da hinten. Wieder gewonnen, Leute. Und die schießen nicht auf Stani, Digga. Ja, weil ich einfach mit Cleverheit spiele, Bro. Mit Cleverness. Mit Cleverness. Und du spielt, ihr spielt mit Dummheit. Ich spiel mit Cleverness, Bro. So. Ja. Let's go, Leute. Let's go. Guck mal, wie lange wir noch leben. Ich konnte ja nicht mal schießen, war mal doofer NPC, der Typ. Ähm. Selbst Schuld, Bro. Jetzt, 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 äh, äh, Ding ist hier noch die Schuld auf dem NPC. Ja. Ihr habt alle eure Autos verloren. Und das heißt, ihr seid raus. Ah, ich bin gleich eh down. Äh, GG. Gigi, Bro, es ist so bescheuert. Nein. Bro, warum haben die Stani nicht abgeschossen, ne? Ja, Bro, weil ich Clever spiele, Bro. Weil ich Clever spiele. Ja, Gigi, 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 Gigi. Ach, Mann. So, das war's gewesen, Bro. Ich hab' gewonnen gegen euch mal wieder. Ich hab' aber mehr Kills als so. Ich hab' sieben, du. Ich hab' sieben Kills, Stadion, du. Häh? Oh. Gigi, Leute, das war's. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Stani hat mal wieder easy peasy gewonnen. Tschö mit Ö.